Herzlich Willkommen bei TeviTrades, mein Name ist Attila Tevi und in diesem Video sprechen wir über die PayPal Aktie. Für weiteren Content und weitere Uploads gerne ein Abonnement dalassen, damit Sie auch in Zukunft keine weiteren Updates verpassen. Doch nun steigen wir ein. Ich spreche mit Ihnen über meine Gent-Zeitzyklen-Prognose in Kombination mit den LJ-Wellen. Doch bevor wir in die eigentliche Analyse einsteigen, würde ich hier nochmal auf mein letztes Update-Video vor drei Wochen eingehen. Wie Sie sehen können, habe ich hier den ungefähren Verlauf dargestellt. Einmal auf Basis der LJ-Wellen. Zum Abschluss der Welle 2 hier in folgender Zone. Auf Basis der Zeitzyklen-Methodik habe ich hier versucht darzustellen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir können sehen, folgendes Tief war ungefähr zu diesem Zeitpunkt auf dieser Trendlinie angedacht. Jetzt schauen wir auch mal in den realen Chart. So, das Ganze sieht wie folgt aus. Also wir können sehen, dass wir hier in dieser Zone auf diese Trendlinie hereingelaufen sind, wie auch in meinem letzten Video vor drei Wochen angegeben. Das Ganze ist hier auch in dieser Bewegung hier runtergelaufen. Dieser Trendwende-Bereich, der ist hier ein Stückchen verschoben. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Das heißt, wir hätten hier jetzt das folgende Tief. Hier dieses kleine Hoch, hier dieses kleine Zwischentief. Und von hier aus läuft das Ganze jetzt nach oben. So, und auf Basis der LJ-Wellen bedeutet das, wir hätten hier jetzt ein 1-2-1-2-Setup. Diese hätte jetzt hier final den Boden gefunden. So, und auf Basis des Gent-Zeitzykluses läuft das Ganze jetzt hier nach oben. Nun, also ich gehe davon aus, dass hier jetzt der Boden drin gewesen ist in dieser Zone. So, und das Ganze dürfte jetzt von hier aus impulsiv in den nächsten Tagen nach oben laufen. Genau, das würde bedeuten, wir bauen jetzt hier eine 1-2-3-4-5 aus. Das wäre dann die interne 3, dann die 4 und die 5. Das würde dann die Welle 3 abschließen. Im Abschluss dieser übergeordneten Welle 3 geht es hier in die 4. Und prinzipiell sollte dann PayPal weiter nach oben laufen. Also, ich gehe davon aus, dass das hier jetzt der perfekte Einstiegspunkt ist. Stop-Loss kann man prinzipiell hier da runtersetzen, denn ich gehe nicht davon aus, dass wir hier dieses Tief nochmal brechen sollten. Denn Fals dürfte es hier tatsächlich weiter runter gehen. Genau, das Ganze kann man natürlich hier zu diesem Zeitpunkt vom 8. August nochmal prüfen. Ich denke mal, dass wir hier dann in die Welle 2 kommen, der übergeordneten Welle 3. Das Ganze sieht hier nach einer kleinen Korrektur aus. Gegebenenfalls machen wir hier, wie gesagt, erstmal die 1, 1, 2, 3, 4, 5. Das Ganze läuft vielleicht bis in diese Richtung. Von hier aus kommt es hier nochmal hoch und dann dürfte es hier von diesem Trendwinkel hier aus weiter hochlaufen. Das muss man jetzt mal betrachten, wie stark diese Bewegung sein wird. Ich gehe wie gesagt davon aus, dass das Ganze jetzt begonnen hat. Und würde einfach ein Update-Video zum 10. August, 9. August machen, damit wir auf jeden Fall hier up-to-date sind. Genau, das war auch schon das Update zu PayPal. Ich hoffe, das Update war informativ und hilfreich für Sie. Schauen Sie sich auf jeden Fall auch gerne das letzte Video dazu an, wie gut das Ganze hier trackt. Und falls Sie das Thema interessiert, können Sie mich auch gerne kontaktieren. Lassen Sie auf jeden Fall ein Abonnement da, damit Sie auch in Zukunft keine weiteren Abtests verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020